ja das ist jetzt genau unser letzter genau und dann würde ich sagen könnten wir weil ich hier die drei abfrühstücken und dann hier weitermachen und dann würde ich sagen könnten wir die drei abbrüche und dann würde ich sagen können wir auch mal Ich habe noch einen Tango und das macht drei. So. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hab noch einen, macht fünf. Easy. Easy, easy, easy. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ich sehe das Ziel. Roger, zieh markiert. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Tango getroffen. Okay, alles ist gut. Ja. Sehr schön. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Das war scheiße knapp. Inwiefern. So, super. Nett. Maschinenpistolen, Schiene. Schiene. Okay. Komm. So, das war das. Schnell und einfach. Dann. Dann kommen wir aus dem. Dann geht's Richtung neues Gebiet. Und dann geht's ins Maymere Holmour Impression. Hallo. Da, 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 là, da. Wisst ihr, was mir auffällt? Ich bin mal echt gespannt, was, wie das dann mit dem neuen Ghost Raccoon aussieht. Also ob das auch so, ja, ein bisschen, ich sag mal, auffällig oder also seltsam ist, halt ja mit dem Hubschrauber zum Beispiel, dass, oder halt, also, dass die Feinde das überhaupt nicht checken. Oder auch, wenn einer von meinen Kumpels da daneben steht, also bei der einen Begebenheit, was ja wirklich so ist, dass der eine, der Milas, glaube ich, war das, wurde ja von dem, von dem, äh, ein Taco quasi, Tango, nicht Taco, äh, weggeschoben, oder dass, äh, das gemerkt hat. Granate fliegt. Die Tankos haben den Knall gehört, die wollen ärgern. Oh, schöne Scheiße, die sehen uns. Nein! Oh Gott. Wieso ist, äh, ähm, das Maschinengewehr gerade? Scheiße noch! Greife Tangos an! Ja, ihr macht das und ich, äh, häcke die. Ähm, das war gerade noch nicht mehr. Jetzt, wo weniger Kartellstationen senden, können die Rebellen hier einrücken. Das ist jetzt nicht mehr vollautomatisch. Was ist das Vegan? Oh Gott, ich bin gleich ein Gran rateser stuffer. Das ist alles über hier. Hmmm, Ist es Vegaan? Wegen dem? Mh Ah, es ist immer Ah, okay Alles klar, Epsilon Teile Schiene Gut, hab aus Versehen, Epsilon gedrückt So, nächstes Mal geh ich wieder von unten rein hier So, wie wär's mit Ich bin bereit Achso, ja, okay Noch den da Und dann neues Gebiet Ja, der andere kommt dann automatisch hier Aufpassen, wir haben Gesellschaft Setze Drohne ein One, two Trim Steinbrunner Vor Fein 6 7 Hauptmann Hauptmann Bokka Farm Oh, man Verstanden, unterwegs Lass mich in Position gehen Ziel erfasst Ich schieße auf die Ärsche Einer weniger Warum erschießt du Zivilisten? Die wissen von uns Der Leutnant will abhauen Der Leutnant Der Leutnant Der Leutnant Der Leutnant In Deckung Sauber Alle in Ordnung? Ich bin müde Scheiße Scheiße Ich hab'n Zivilisten Ach, fuck Tja, es gibt schließlich noch andere Helis da draußen, oder? Der Leutnant Der Leutnant Der Leutnant Drei hanno Drei Turm Am Drei 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 Tanu Drei 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 Tango superdemo dann wollen wir uns mal informationen das war wieder so unter dem scheiße meine nerven mann ja meine kalor so wir brauchen helikopter wie wär's mit uns und alten mhm so das war auch Okay, es ist alles gut. So. Ich darf da nicht so aggressiv reingehen. Ich mach das, ich fliege. Aber die anderen können ja nicht fliegen. Jump, jump, jump. Wir fahren mal zusammen. Jetzt kommen wir schon mal. Das ist ein Spokeybilder. Interessant. Hm. Das könnte ja keiner. Bowman, wir sind in Pukara. Kennen Sie diesen nervigen DJ Perico im Santa Blanca Radio? Die ISA hat den Standort seiner Hauptsendestation auf Pukara eingegrenzt. Also sollte Perico ganz in der Nähe sein. Was wollen wir von ihm? Überzeigen Sie DJ Perico mit ihrem unwiderstehlichen Charme davon, eine Rede von Bacatari zu senden. Das wird sowohl den Rebellen Zulauf bringen, als auch das Kartell ziemlich dämlich dastehen lassen. Überzeugen, umdrehen und beeinflussen, hm? Wissen wir, wo Perico steckt? Wir suchen noch, aber wir wissen nicht mal, wie er aussieht. Finden Sie ihn und benutzen Sie ihn. Ich melde mich, falls wir den Radiosender lokalisieren können. So, hier ist irgendwo ein Störsender. Okay. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Hm. Hm, 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 aber wo ist der Störsender? Ich bin jetzt ein Busch. Wie findet ihr nicht in der Störsender? Ich bin jetzt in der Störgach. . Ich bin interessiert oder? Maniene 真的 nicht in der Störgach. Das der Störgeruch, hvor immer klarer acquaintene sein. Ich bin jetzt in der Störgach. Wir sind ein paar Narcos, neben der Kiste mit den Funkgeräten. Okay, bin unterwegs. Suche eine gute Position. Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Das war knapp. Das war sehr knapp. Hier ist ein Sicario, dicht am Geschütz. Alles gut, alles gut. Ja. Bei mir schon, bei dir. Fertigkeitspunkte, Rebellion, Nachschubunfälle. Nachschubunfälle, ja. Ist das immer noch gestört? Drohne fliegt. Hey, Kaffelschützer. Na des Reifenstapels. Sehr eingeschützt, Turm. Ich hab ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ja, ja. Unidat, Heli. Unten bleiben. Tango Nummer 3. So sehe ich wahrscheinlich besser und mehr. Ich habe zwei Sicarius. Ich sehe niemanden. Da wird bestimmt auch einer drin sein. Hm. Okay, dann gehe ich mal wieder runter. Hier ist auch irgendwo einer. Oh, schockt mich. Handy. Okay, Moment. Ah, ja, sorry. Ah, da ist einer. Da ist ein Tango inmitten von Zivilisten. In Mitte von Zivilisten. Ich brauchte jetzt so ein weißes Kamoflage-Ding. Ist ja geil. das flap. Oh, ist ja geil. Uh, ich weiß. Okay,rin Verschwuss. Ich weiß's. Also aged 6. Noch eins höher? Noch eins höher oder was? Der hat ein bisschen bei Pfukka gewonnen, oder? Der hat ein bisschen bei Pfukka gewonnen.